Der Weg ist beschwerlich, der hinaus ins Licht führt aus der Hölle. Nein, das gibt's nicht. Rufen Sie die Spurensicherung. Wenn man jemanden umbringen will, fährt man hin und erschießt ihn. Aber man riskiert nicht jede Menge Zeit dafür. Es sei denn, die Tat an sich hat eine Bedeutung. Ich bitte Sie. Wir haben hier nur einen Toten, nicht drei. Das ist dort ein Ziel. Ja, ich sehe, was erweilt. Die Kurs 920 in Torek hat für uns verstanden. Es gibt sieben Todsünden, Captain. Maßlosigkeit, Habsucht, Dreckheit, Zorn, Hochmut, Wollust und Neid. 921, möchten Sie einen Notfall melden? Oh Gott. Ich hab's schon wieder getan. Das hier fängt gerade erst an. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das hier fängt gerade erst an. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht.